Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, Folge Nummer 23 am 2. Mai 2018. Das ist ein ganz besonderer Tag heute, denn es ist Corinnas Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle von mir und ich nehme das vielleicht mal vorweg, was ich sonst am Ende der Sendung immer sage. Falls ihr auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk sein solltet, dann möchte ich an dieser Stelle einfach mal vorschlagen, wie wäre es denn mit einer Sternchenbewertung im iTunes-Store? Das würde Corinna bestimmt ganz toll freuen. Gott, das ist ja hinreißend. Sehr gute Idee. Bist du mit einverstanden? Ja, sehr schön. Super. Das beantwortet auch gleich die Frage am Mikrofon sitzen, nämlich... Genau, Konstantin von Leiton und... Corinna Budras, hallo. Und diese Corinna Budras stellt uns jetzt mal ein paar Themen vor, habe ich gehört. Genau, wir haben wieder volles Programm und wollen beginnen mit Bill Cosby, dem Urteil, das vergangene Woche verkündet wurde in den Vereinigten Staaten und das war das erste Strafverfahren auf der Welt, das unter dem Eindruck der MeToo-Debatte zu einer Verurteilung führte. Und das klingt nach einer kühnen These, ist es aber nicht. Wir erklären gleich, warum. Dann hat das Bundesverfassungsgericht ebenfalls vergangene Woche zu einem Grundsatzurteil ausgeholt und zwar in Sachen Stadionverbote, das aber weitreichende Folgen haben könnte, auch für Facebook-Nutzer. Wir gucken uns das genauer an. Dann ist die AfD mit einem Versuch gescheitert, den Volksverhetzungsparagrafen auch auf deutsche anwenden zu lassen, aber wir wollen mal schauen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wir haben noch einen Nachtrag zur vergangener Woche, denn da sorgte unsere Meldung, die Studie zur Diskriminierung bei Jura-Examen für Aufregung und zwar aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und das wollen wir mal zur Gelegenheit nehmen, einen kleinen Nachtrag zu bringen. Und dann haben wir natürlich, wie jede Woche, das gerechte Urteil. Aber beginnen wir mit Bill Cosby. America's Dad. Genau, jenem Schauspieler, der schon seit vielen, vielen Jahrzehnten die Matscheiben in Amerika bevölkert hat und auch hier, also ich zumindest kann für mich behaupten, mit ihm aufgewachsen zu sein, mit der Bill Cosby Show, der eben über lange Zeit ein wirklich wunderbares Image genoss, also der Vorzeige-Schwarze-Schauspieler schlechthin. Und seit einiger Zeit mehrten sich aber schon die Hinweise darauf, dass er offensichtlich ein Straftäter ist. Und das Interessante ist, dass es nun wirklich nach langen, langen Jahren zu einer Verurteilung kam und zwar im Lichte der MeToo-Debatte. Vielleicht erklären wir erstmal genau, was da verhandelt wurde. Da war eine Frau, Andrea Constant, die ihn verklagt hatte, die ihm angezeigt hatte wegen Vergewaltigung. Und das war schon vor 13 Jahren mittlerweile, also im Jahr 2005. Und sie warf ihm vor, dass er sie vergewaltigt haben soll in seinem Haus, und zwar nachdem er ihr Drogen verabreicht hatte, die sie nahezu bewusstlos gemacht haben. Und dieses Urteil, diese Vorwürfe standen ihm schon lange im Raum. Es kamen immer weitere Vorwürfe dazu. Also vor drei Jahren zum Beispiel haben sich 35 Frauen zu Wort gemeldet und gesagt, diese Praxis von Bill Cosby hat ja schon über Jahrzehnte hin, er pflegt ist wirklich das falsche Wort, also hat jedenfalls über Jahrzehnte hinweg Frauen exakt auf diese Art missbraucht, immer wieder mit Drogen vollgepumpt und dann eben vergewaltigt. Und das Ganze war eben lange Zeit nicht an der Öffentlichkeit, also wurde niemals in irgendeiner Art und Weise vor Gericht thematisiert, bis eben auf dieses eine Mal von Andrea Constant. Und da gab es ja, wenn ich mich recht entsinne, doch im Vergangenen ja auch schon mal eine Entscheidung eigentlich oder vielmehr das Scheitern einer Entscheidung. Wie ist das da ausgegangen und warum ist es jetzt anders ausgegangen? Genau, also im vergangenen Jahr im Juni gab es nämlich schon mal eine Entscheidung. Wie gesagt, das ist jetzt ein Verfahren, was schon länger anhängig ist. Und offensichtlich waren im Juni, also das war vielleicht für alle diejenigen, die das zeitlich sozusagen nicht mehr ganz vor Augen haben, das war eben einige Monate bevor das, bevor MeToo überhaupt losging. Da kam die Jury, sollte entscheiden, kam aber nicht zu einer gültigen Entscheidung. Das ist eben das Besondere am amerikanischen Strafrecht. Diese Jury muss eben zu einer Mehrheit gelangen, die entweder den Täter für schuldig erklärt oder eben den Freispruch erklärt. Und zu dieser Mehrheit hat es hier nicht gegeben. Das heißt, die Jury war uneinst, was man im amerikanischen Recht eben Hang Jury nannt. Und dann ist dieses Verfahren gilt es als gescheitert und kann dann eben nochmal aufgerollt werden. So, und das Ganze war eben im Juni vor diesem MeToo-Movement geschehen. Das Ganze stagnierte dann und wurde aber tatsächlich danach nochmal aufgegriffen. Und nun hat die Jury tatsächlich, ist zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen. Also ziemlich eindeutig haben die gesagt, diesmal bewerten wir den gleichen Fall mit annähernd den gleichen Beweisen ähnlich. Also ganz anders, nämlich wir kommen zu 100 Prozent zur Entscheidung, dass hier der Bill Cosby schuldig gesprochen werden muss, dass er die Tat also begangen hat. Was für eine Strafe hat er da bekommen? Er hat noch keine Strafe bekommen. Das ist im amerikanischen Recht ja immer so ein zweigeteilter Mechanismus. Zuerst entscheidet die Jury, ob überhaupt Freispruch oder Schuldspruch gegeben ist. Und dann gibt es nochmal einen zweiten Schritt, wo dann tatsächlich die Strafe festgesetzt wird. Das kann hier in diesem Fall bis zu 30 Jahre Haft geben. Das ist bei einem Mann wie er, der jetzt 81 Jahre alt ist und fast erblindet. 81. Ja, der ist schon wirklich sehr alt und sehr krank. Und das ist einfach sozusagen lebenslang, egal was da jetzt bei rumkommt. Und wie ist das zu erklären, dass jetzt nur wegen Vergewaltigung in einem Fall hier angeklagt und verurteilt wurde? Obwohl doch, wie du gerade sagtest, ist da diese Erklärung von 35 Frauen. Und ich glaube, insgesamt sind es sogar über 50 Frauen, die eben diesen im Wesentlichen sehr ähnlichen Vorwurf machen, sich geäußert haben. Also warum nur ein Fall? Also es ist tatsächlich so, dass die ganzen Vorwürfe zurückreichen bis ins Jahr, bis in die 60er Jahre. Also schon ganz, ganz früh. Und da hat sich tatsächlich, haben sich die Frauen nicht hervorgetan, haben sich nicht hervorgetraut, vor allen Dingen, haben nicht von den Vorwürfen berichtet. Das ist eben unter der Decke geblieben, lange Zeit. Und auch später ist eben niemals ein Fall tatsächlich vor Gericht gekommen, der es geschafft hätte, ihm tatsächlich in Bedrängnis zu bringen. Andrea Constant ist die Erste, die das eben getan hat und zwar mit ganzer Kraft. Also sie hat sowohl strafrechtlich ist sie gegen ihn vorgegangen und als auch zivilrechtlich, also sie hat ihn auch tatsächlich verklagt, hat 3,4 Millionen Dollar von ihm schon bekommen. Also dieses Zivilverfahren endete in einem Vergleich schon vor einigen Jahren, knapp 3,4 Millionen Dollar hat er ihr also schon gezahlt. Und jetzt eben ist sozusagen das Ende, das vorläufige Ende, jedenfalls in diesem Strafverfahren mit diesem Schuldspruch. Was die anderen Verfahren angeht, ist es tatsächlich im Wesentlichen so, dass die meisten verjährt sind. Also es könnte sein, dass vielleicht der eine oder andere jetzt noch hochpoppt, aber letztendlich liegen die so weit zurück und dokumentieren im Grunde genommen auch vielleicht einfach ziemlich deutlich, was für Schwierigkeiten es tatsächlich oftmals gab bei Vergewaltigungen, diese dann auch tatsächlich zu beweisen oder zu Gericht zu bringen. Und insbesondere in dieser Konstellation, wo es ja darum ging. Oder auch überhaupt an die Behörden erstmal damit zu gehen. Also das war ja auch in vielen Fällen so, dass die Frauen das eben gar nicht der Polizei gemeldet haben damals und dann jetzt erst deutlich später das quasi öffentlich gemacht haben. Genau, und das war natürlich auch eine besonders perfide Taktik, die Frauen bewusstlos zu machen und jedenfalls entscheidungsunfähig zu machen. Das ist natürlich auch nochmal ein besonderer Schritt, zu erkennen, was einem dann angetan wurde. Und das hat die Sache wahrscheinlich schwierig gemacht. Es gibt jetzt, das muss man dazu sagen, natürlich immer noch die Möglichkeit der Berufung. Also das wird höchstwahrscheinlich auch der Fall sein. Also jetzt muss man erstmal auf das Urteil, auf das Strafmaß sozusagen warten. Und dann wird es die Gelegenheit geben für die Anwälte, die sie sicherlich ergreifen werden, tatsächlich Berufung dagegen einzulegen. Das heißt, das letzte Wort ist in diesem Fall nicht gesprochen. Aber interessant ist eben, wie gesagt, diese Diskrepanz zwischen dem Urteil im vergangenen Juni, also dem Nicht-Urteil im vergangenen Juni, wo die Jury eben schlicht sich nicht einigen konnte. Und jetzt im Lichte des MeToo-Movements sozusagen ziemlich eindeutig sagte, hier kommen wir zu einem einstimmigen Ergebnis, das scheint so zu sein, dass Bill Cosby da schuldig ist. Man muss übrigens ehrlicherweise sagen, die Jury selbst bestreitet das natürlich. Also die sagt, wir haben ganz neutral reagiert und haben uns weder von möglichen rassistischen Vorwürfen noch von diesem MeToo-Movement in irgendeiner Art und Weise beeinflussen lassen. Aber was ich jetzt alles gelesen und gehört habe zu diesem Verfahren, ist eigentlich zumindest ziemlich deutlich unter den Rechtsexperten in den Vereinigten Staaten, dass das in irgendeiner Art und Weise eine wichtige Rolle gespielt hat. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wie glaubwürdig eben Zeugen vor Gericht sind und die Aussage von Frauen vor Gericht. Denn was der Unterschied auch war zwischen dem damaligen Verfahren und dem zweiten Verfahren jetzt, ist eben, dass damals nur eine weitere Frau noch aussagen durfte als Zeugen, die nicht in der Sache tatsächlich aussagen konnte, sondern nur zum Prinzip Bill Cosby. Also die hatte Ähnliches geschildert und sozusagen Muster war aber da noch nicht erkennbar. Und hier hat das Gericht dann, diesmal hat das Gericht eben ziemlich eindeutig gesagt, es dürfen mehr als eine Frau, nämlich insgesamt fünf Frauen aussagen, denen alles Ähnliches passiert ist. Also die jetzt nicht zu dieser wirklich zur Entscheidung stehenden Tat was sagen konnten, aber eben von ähnlichen Erfahrungen berichten, was dann den Verdacht natürlich irgendwie erhärtet, dass es hier auch so gewesen sein könnte. Genau. Und das war übrigens auch besonders umstritten. Denn es ist natürlich so, dass sie sich zum eigentlichen Verfahren gar nicht äußern können. Und natürlich ist Hüben wie drüben immer die eigentliche Tat, dass worüber gesprochen werden muss. Das ist in so einem Fall tatsächlich, also davon kann man sich nicht freimachen. Oder zumindest ist das sehr schwer, sich davon freizumachen. Wenn ich jetzt echt einen Typ habe wie Bill Cosby, bei dem über 50 Frauen unabhängig voneinander berichten, dass sie auf ganz ähnliche Art und Weise unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden sein sollen von ihm, dann ist das eine so große Zahl von Beschuldigungen, dass ich eigentlich fast davon ausgehen muss, dass es stimmt in den allermeisten Fällen. Und dann erliegt man natürlich schnell dem Impuls zu sagen, ach mein Gott, selbst wenn wir das jetzt in diesem einen Fall nicht genau nachgewiesen kriegen, was soll's, hier trifft es echt nicht den Falschen. Ist ja vielleicht so aus dem Bauchgefühl heraus auch so. Aber zur Verhandlung stand jetzt eben aber trotzdem nur dieser eine Fall und eben nicht die 49 oder wie viel auch immer anderen. Und ja gut, also dass die sich jetzt hier eine andere Überzeugung gebildet haben, ich weiß es nicht, ich meine es gab auch früher in der amerikanischen Rechtsgeschichte natürlich immer mal wieder Fälle einer Hang-Jury, wo dann eben sozusagen in der Neuauflage des Verfahrens die Jury sich auf einmal einigen konnte und nicht immer lief parallel dazu eine solche gesellschaftliche und politische Bewegung wie diese MeToo-Geschichte ab. Also die Koinzidenz, daraus würde ich jetzt noch nicht zwingend eine Kausalität ableiten, aber andererseits vorstellbar wäre es natürlich. Richtig, also zumindest was die Glaubwürdigkeit der Zeugen angeht und überhaupt von Aussagen von Frauen vor Gericht. Also insofern wirklich ein ganz spannendes Verfahren und eins, was eben wie gesagt jemanden trifft, der ein ganz erstaunliches Bild gezeichnet hat über Jahrzehnte eigentlich, das jetzt einfach zertrümmert ist. Ja, ist schon bestürzend, dass das so lange mit so einer großen Zahl von Opfern gut gehen konnte und er dieses Saubermann-Image irgendwie in der Öffentlichkeit pflegen konnte. Aber naja, das ist jetzt wahrlich zu Staub zerbröselt und wir halten euch auf dem Laufenden, wie es dann möglicherweise mit dem Strafmaß und mit der Berufung aussieht. Kommen jetzt aber zu einer ganz anderen Geschichte, die sich im Inland abgespielt hat, in Karlsruhe nämlich, wie so oft beim Bundesverfassungsgericht. Dort hat ein Fußballfan geklagt, weil er gegen ihn ein Stadionverbot verhängt worden war. Das muss man sich so vorstellen. Der war bei einem Spiel des MSV Duisburg gegen, ich meine, den FC Bayern. Ja. Und da kam es eben zu Ausschreitungen und in der Folge wurde unter anderem gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses Ermittlungsverfahren wurde dann später eingestellt, aber das wusste man ja zunächst mal nicht, dass es eingestellt werden würde. Es hätte ja auch sein können, dass er verurteilt wird. Und daraufhin hat eben der MSV Duisburg gegen ihn ein Stadionverbot ausgesprochen. Und weil die deutschen Fußballvereine alle im DFB zusammengeschlossen sind und sich insoweit gegenseitig bevollmächtigt haben, gelten solche Stadionverbote, die ein einzelner Verein ausspricht, dann eben nicht nur in dessen heimischem Stadion, sondern werden auch sozusagen in sämtlichen anderen Städten und von den anderen Vereinen mit vollstreckt. Das heißt im Klartext, der gute Mann konnte halt gar keine Fußballspiele mehr besuchen. Und das ist, wenn man jetzt irgendwie mit Leib und Seele Fußballfan ist, natürlich ausgesprochen schmerzlich. Und dagegen hat er geklagt und hatte zwar im Ergebnis keinen Erfolg. Also das Bundesverfassungsgericht war schon der Ansicht, dass dieses Stadionverbot hier im konkreten Fall in Ordnung ging. Dass allein die Tatsache, dass gegen ihn ermittelt wurde, sozusagen einen hinreichenden Grund dargestellt hat, ihn von weiteren Stadionbesuchen erstmal auszuschließen. Ich glaube, für zwei Jahre galt das. Aber die Entscheidung ist trotzdem von hoher Bedeutung, so was die Grundrechtsdogmatik angeht und wird dann vielleicht auch praktische Auswirkungen haben. Dazu kommen wir gleich noch. Denn es hat eben gesagt, eigentlich reden wir hier über den privatrechtlichen Bereich, Fußballvereine und Stadionbetreiber und so weiter. Das ist ja alles Zivilrecht. Und die können ja im Grunde genommen auf Basis ihres Hausrechts relativ weitgehend tun und lassen, was sie wollen. Und deswegen war es übrigens bemerkenswert, dass das Verfahren überhaupt bis zum Bundesverfassungsgericht gekommen ist. Denn normalerweise ist es eben einfach so, dass das Bundesverfassungsgericht sich immer sozusagen schützend vor den Bürger stellt, wenn in irgendeiner Art und Weise der Staat da eine Rolle spielt. Also im Grunde genommen, dass es die natürliche Umgebung des Bundesverfassungsgerichts ist, das Verhältnis privater Staat. Und hier war es eben gerade nicht so. Denn der Deutsche Fußballbund und auch die Fußballclubs sind eben private Clubs und die können eigentlich machen, was sie wollen. Genau. Beziehungsweise vielleicht schieben wir das an dieser Stelle mal ein. Die können natürlich auch nicht ganz machen, was sie wollen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ein Fußballverein auf die Idee käme, zu sagen, was weiß ich, wir lassen keine Schwarzen mehr bei uns ins Stadion oder so. Ja, nicht, dass das irgendjemand tun würde, aber nur so theoretisch. Dann wäre das, also dann gäbe es dagegen natürlich schon einen Rechtsweg, und zwar auf Basis des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, das eben sagt, Veranstaltungen, die eigentlich mal der Öffentlichkeit geöffnet sind, also Restaurants, Discos etc. dürfen eben nicht bei der Entscheidung über Zulass oder verweigerten Zulass diskriminieren anhand von Herkunft, Geschlecht und verschiedenen anderen Dingen. Aber das war ja hier nicht die Situation. Die haben den ja nicht irgendwie auf Basis irgendeines Diskriminierungsmerkmals ausgesiebt, sondern sie haben ihn eben ausgesiebt, weil sie gesagt haben, du bist ein potenzieller Hooligan und machst dir irgendwie Ärger und deshalb wollen wir dich nicht dabei haben. So, deshalb war hier also auf dem Zivilrechtsweg nicht besonders viel zu holen und letzten Endes zwar, wie gerade schon gesagt, vor dem Bundesverfassungsgericht auch nicht, das hat diese Sperre ja bestätigt, aber es hat eben, und das ist jetzt der eigentlich sozusagen juristisch entscheidende Gehalt dessen, was da entschieden wurde, gesagt, grundsätzlich können solche Stadienverbote schon am Maßstab des Artikels 3 Grundgesetz gemessen werden. Das ist ungewöhnlich, das ist diese sogenannte Drittwirkung der Grundrechte unter Privaten, wenn ausnahmsweise auch Private die Grundrechte quasi unmittelbar achten müssen. Ja, auch ein wunderbarer Begriff, der sozusagen nicht Juristen dann immer wieder schreiend davonlaufen lässt, aber es ist tatsächlich eigentlich sehr wichtig, weil es ziemlich deutlich macht, dass hier die Grundrechte sich branbrechen in dem Verhältnis Bürger zu Bürger. Genau, und Artikel 3 eben sagt ja eben sozusagen Gleichbehandlungsgebote, gleiche Dinge nicht ungleich behandeln und hier haben sie gesagt, also prinzipiell ist das anwendbar, wenn jetzt ein Verein zum Beispiel einfach, nehmen wir mal an, einfach wahllos, ohne Grund, ohne eigentlich überhaupt irgendeinen Grund sagen würde, dich lassen wir einfach nicht mehr rein in Zukunft, du kommst einfach nicht mehr auf deutsche Fußballspiele, dann wäre das ein ganz klarer Fall dessen, was eben nach dieser Karlsruher Entscheidung nicht zulässig wäre, weil man sagen würde, hier werden Personen ungleich behandelt, nämlich Leute, die rein dürfen, andere, die nicht rein dürfen, obwohl die Sachverhalte gleich gelagert sind. Es gibt keinen Sachgrund, der hier diese Entscheidung irgendwie rechtfertigen würde und aufgrund der Drittwirkung der Grundrechte zwischen Privaten wäre das also unzulässig. Karlsruhe hat jetzt auch in der Entscheidung klargestellt, dass das jetzt nicht für alle privatrechtlichen Vertragsverhältnisse gleichermaßen gilt. Was übrigens auch wirklich eine wahnsinnige Belastung wäre. Das darf man sich nicht schönreden. Das wäre natürlich wirklich ein ziemlicher Einschnitt in die Privatautonomie, wenn man sozusagen das... Wenn ich jetzt meinen Gebrauchtwagen verkaufen will oder so, dann kann ich immer noch mehr oder weniger sagen, nee, mit dir nicht. Und zwar einfach, weil ich einfach keine Lust habe, mit dir einen Vertrag zu schließen. Punkt. Ohne jetzt irgendwas da groß vortragen zu müssen. Aber anders eben, wenn es sich um Veranstaltungen handelt, die für die Öffentlichkeit geöffnet sind und bei denen die Teilhabe oder die Teilnahme an dieser Veranstaltung bedeutsam ist für die Teilhabe am sozialen Leben. Wie im Fußballstadion. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Genau. Aber doch für ziemlich viele eben schon ziemlich doll. Also wenn man eben in dieser ganzen Fußball-Fanszene unterwegs ist und seine Freunde da hat, mit denen man immer zu spielen geht und so weiter, dann ist das schon eine ganz beträchtliche Einschränkung des eigenen Soziallebens, wenn man das auf einmal nicht mehr machen kann. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es da so wahnsinnig viele Anwendungsfälle geben wird, denn die Entscheidung hat ja eben auch gezeigt, sie haben eben auch gesagt, es gilt zwar grundsätzlich der Artikel 3, ja, aber hier haben wir ja einen Sachgrund für die Ungleichbehandlung, nämlich die Tatsache, dass gegen diesen Mann ein Ermittlungsverfahren lief. Und wir lassen das auch ausreichen, dass es eben wirklich beim Ermittlungsverfahren geblieben ist und dass er nicht verurteilt wurde. Das war aus der Ex-Ante-Sicht, das konnten ja die Stadionbetreiber beziehungsweise der Club zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wissen, dass es nicht zu einer Vorurteilung kommen würde und es reicht uns aus. Also sprich, der Maßstab, der dann an eine Ungleichbehandlung angelegt wird, um die zu rechtfertigen, ist, würde ich sagen, relativ milde, aber immerhin, es gibt ihn. Genau, also deswegen muss man das Ganze hier vor, also das ist zumindest sein Petitium, zu sagen, das muss man hier unter zwei Blickwinkeln angucken. Erstmal, wo der Anwendungsbereich eröffnet ist und das wird eben, und jetzt sind wir bei Facebook, eben nicht nur zum Beispiel Stadienbetreiber oder Clubs, Fußballclubs eben betreffen, sondern womöglich auch Facebook als soziales Netzwerk, das sich tief in das Leben der Menschen eingegraben hat und das ganz, ganz viele Menschen vereint und wo es tatsächlich vielleicht ein Grundpfeiler an der sozialen Teilhabe oder wie man das ausformulieren möchte, darstellt. Also hier könnte man tatsächlich auch argumentieren, das Ganze ließe sich übertragen auf Facebook und auch Facebook müsse sich eben tatsächlich den Grundrechten unterordnen und diese beachten und deswegen auch allen gleichen Zugang geben. Erstmal. Ja, diese Deutung gab es von verschiedener Seite schon sehr bald nach dem Urteil. Ich glaube auch, weil das Urteil eine Passage enthielt, also natürlich haben sie Facebook nicht beim Namen genannt, aber die es nahe legte, ist in diesem Sinne zu übertragen. Da war irgendwas von Monopolstellungen oder so die Rede, was man so interpretieren konnte. Und ja, ich wäre da im Grundsatz auch total dabei. Ich halte das für total plausibel, dass man, wenn jetzt Facebook hinginge und völlig grundlos anfangen würde, beispielsweise die Accounts an irgendwelchen Leuten zu sperren, dann wäre das ebenso ein Anwendungsfall dieser Rechtsprechung. Aber ich persönlich finde trotzdem, dass diese Suppe momentan heißer gekocht wird, als sie gegessen werden wird und zwar aus dem zweiten Grund, den ich gerade genannt habe, der inhaltliche Maßstab an die Ungleichbehandlung ist dann nämlich relativ locker, jedenfalls so hier in dieser Stadionentscheidung. Und es ist ja in aller Regel nicht so, dass Facebook hingeht und einfach aus irgendwie Lust und Laune jetzt mal Leute rausschmeißt, sondern natürlich haben die irgendwelche Gründe, wenn sie das machen. Da kann man dann jetzt im Einzelnen darüber streiten, wie stichhaltig man diese Gründe findet. Also was weiß ich, wenn ich jetzt wiederholt irgendwelche hetzerischen Posts verfasse und deshalb mein Account gesperrt wird, dann passt mir das zwar möglicherweise nicht, aber das wäre zum Beispiel ganz sicher ein Sachgrund, den das Bundesverfassungsgericht anerkennen würde für das Vorliegen einer legitimen Ungleichbehandlung. Oder Stichwort Klarnamenpflicht, ja, das ist ja so eine relativ häufige Ursache für Accountsperrungen, dass Leute eben Facebook nicht mit ihrem echten Namen benutzen. Facebook verlangt das aber eigentlich in seinen AGB und sperrt dann mitunter auch diese Accounts, zumindest wenn man sich ganz doof anstellt und sich irgendwie Mickey Mouse nennt oder so. Und auch da würde ich aber sagen, ich glaube, dass das ebenfalls ein absolut legitimer Unterscheidungsgrund sein würde. Ja, also das kann Facebook ja schon machen, wie es will. Insofern sehe ich es jetzt nicht kommen, dass sich da irgendwie eine gewaltig große Fallgruppe herausbildet von irgendwie Diskriminierungsklagen gegen Facebook auf Basis von Artikel 3 Grundgesetz. Artikel 5? Ich meine, letztendlich eine Drittwirkung von Grundrechten beschränkt sich ja, weiß Gott, nicht nur auf Artikel 3. Da ließe sich ja auch tatsächlich Artikel 5 Meinungsfreiheit und so weiter ins Feld führen. Ja, aber ich glaube, da muss man vorsichtig sein, das jetzt in dieser Weise zu übertragen. Also da kommen dann ja nochmal ganz viele, ganz andere Erwägungen zum Tragen. Also ich würde es jetzt erstmal, glaube ich, auf diese Entscheidung eben auf ihre Auswirkungen für Artikel 3 beschränken und da sehe ich jetzt nicht die Riesenrelevanz, weil wie gesagt, in aller Regel ist es ja einfach so, dass Plattformbetreiber, Stadionbetreiber und so weiter sich schon was meistens auch halbwegs vernünftiges dabei denken, wenn sie Leute ausschließen. Das liegt ja auch nicht in ihrem eigenen Interesse. Ja, die wollen ja eigentlich Leute auf ihrer Plattform haben und da ist dann in aller Regel schon irgendein Sachgrund gegeben und da kann man dann vielleicht drüber streiten, ob der super stichhaltig ist oder nicht, aber das ist sicherlich nicht das, was Karlsruhe jetzt irgendwie, wozu Karlsruhe jetzt den Weg bereiten will, da tief hinein zu regieren in die Art und Weise, wie man sein Unternehmen aufstellt und was man so für Regeln für seine Nutzer hat. Ich glaube, das kann man nach wie vor recht weitgehend so handhaben, wie man möchte, solange die jetzt nicht völlig willkürlich sind. Gut, nun wollen wir unsere Entscheidung aber auch nicht kleinreden für die Grundrechtsdogmatik, das hast du ja auch am Anfang sehr schön gesagt und für alle Jurastudenten damit wird das natürlich in Zukunft zu beachten sein. Ja, ist bestimmt auch so ein Ding, was man mal ganz nett irgendwie in der mündlichen Prüfung ansprechen könnte als Prüfer oder dergleichen, also sollte man wahrscheinlich gedanklich präsent haben, ja. Richtig, dann kommen wir jetzt zur AfD, die uns ja hin und wieder mal beschäftigt und jetzt hatte sie mal einen eigenen Vorstoß gebracht im Bundestag, wo sie ja jetzt als größte Oppositionspartei agiert und hatte dann den eigenen Vorschlag, den Volksverhetzungsparagrafen mal ein bisschen auszuweiten. Was ist daraus geworden? Ja, erwartungsgemäß nichts, also Vorschläge der Opposition setzen sich ja eigentlich sowieso letztlich fast nie durch, wenn sie für gut gehalten werden, dann tauchen sie inhaltlich wundersamerweise ein paar Monate später auf einmal in eigenen Gesetzgebungsverfahren der Regierung auf oder aber so wie sicherlich auch in diesem Fall, sie werden abgelehnt und sie tauchen dann anschließend auch nicht in irgendwelchen Entwürfen der Regierung auf. Aber sagen wir mal, bei den vielen unsinnigen Sachen, die die AfD macht, finde ich, das war jetzt eine der vergleichsweise weniger unsinnigen, denn worum ging es ihnen? Sie wollten, du sagst gerade schon den Paragraphen 130 StGB erweitern und zwar dahingehend, dass er ausdrücklich auch hetzerische Aussagen, Anstachelungen zum Hass und so weiter gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft erfasst. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ihr scheiß Deutschen, seid, weiß ich nicht was, könnt euch alle zum Teufel scheren und irgendwie habt überhaupt kein Anrecht in diesem Land zu leben oder was weiß ich, dann solle das genauso als Volksverhetzung strafbar sein, wie wenn ich in diesem Satz jetzt das Wort Deutsche durch Türken ersetzen würde. Im letzten Fall wäre es ja relativ eindeutig eine Volksverhetzung. Da kann man sich erstmal die Frage stellen, ist das überhaupt nötig? Ja, ist das überhaupt nötig? Genau, denn wenn man mal reinschaut in den 131 StGB, dann steht da jetzt nicht drin, dass diese hetzerische Aussage gegen eine Minderheit gerichtet sein müsste, sondern da steht einfach nur Teile der Bevölkerung und Teile der Bevölkerung können ja auch der Großteil der Bevölkerung sein, könnte man zumindest meinen, sehen aber die Gerichte und die Staatsanwaltschaften anders und leiten in dem Fall dann also erheben gar nicht erst Anklage beziehungsweise kommen dann zum Also das heißt, das hatten wir in der Vergangenheit öfter, dass sowas dann auch zur Anzeige gebracht wurde, aber dann keine Früchte trug. Genau, es gab zum Beispiel in Hamburg mal den Fall eines damals noch Mitglieds des Elternrates, ein türkischer Mitbürger, der dann auf Facebook, das war nach der Bundestagsresolution zum Völkermord in Armenien, die ja bekanntermaßen der türkischen Regierung und Personen, die ihr nahestehen so gar nicht geschmeckt hatte und da hat er sich also gewaltig empört in diesem Facebook-Post und unter anderem die Deutschen als Köterrasse oder in anderen Übersetzungen dieses Hundeklan beschimpft und das wäre natürlich jetzt an und für sich schon ein Fall, wo man, wenn es eben nicht gegen Deutsche gegangen wäre, sondern gegen irgendeine andere Ethnie oder Volksgruppe oder auch, kann ja auch gegen eine bestimmte Angehörige einer bestimmten sexuellen Minderheit oder was auch immer gerichtet sein, sicherlich eine Volkssetzung angenommen hätte und die Staatsanwaltschaft Hamburg hat aber eben gesagt, nein, gegenüber der Mehrheitsbevölkerung gibt es das nicht, weil sie, obwohl es, wie gesagt, sich aus dem Wortlaut eigentlich erstmal nicht direkt ergibt, so eine, den Volksheizungsparagrafen auch als eine Art Minderhaltenschutz sehen. genau, also und die Mehrheit umgekehrt hat diesen Schutz schlicht nicht nötig, das ist so ein bisschen die Argumentation. Und es liegt ja auch nicht ganz fern, denn klar, es ist natürlich viel gefährlicher, wenn ich die Mehrheit gegen eine kleine Minderheit aufstachele und zu Hass aufwiegle, mit allen Konsequenzen, die sowas dann ja potenziell haben kann, als wenn ich das umgekehrt tue. Ja, das ist schon nicht unplausibel. Aber andererseits sagt die AfD eben, naja, aber der primäre Strafgrund der Volksverhetzung ist aber eigentlich eben nicht Minderhaltenschutz, sondern Schutz des öffentlichen Friedens. Und der öffentliche Frieden wird durch sowas auch tangiert. Und es gäbe ja durchaus gewisse Stadtteile, gewisse Communities, wo also so eine deutschen Feindlichkeit sich durchaus Bahn bricht und dann eben auch mit entsprechenden Parolen wie Köterrasse oder der Gleichen eben nach außen getragen wird. Und das sei doch für den öffentlichen Frieden auch eine ganz konkrete Gefährdung. Und das sollte man eigentlich am besten einfach jetzt schon bestrafen. Oder da das aber ja nun mal nicht stattfindet, möge man eben den Volksverhetzungsparagrafen dahingehend ändern. Aber eben letztendlich sagst du, aus dem Wortlaut ergibt sich das ohnehin nicht. Das heißt, es könnte einfach schlicht und ergreifend zu einer anderen Praxis kommen bei den Staatsanwaltschaften und in dessen Folge womöglich auch in den Gerichten und dann hätte sich die Sache erledigt. Je nachdem, wie der Bedarf ist. Genau, also das ist einfach eine Problemstellung, mit der sich die juristische Fachwelt nicht nicht, aber doch relativ wenig beschäftigt hat. Also ich habe es mal in ein paar Kommentaren nachgelesen, da steht dann häufiger so ganz lapidar drin, ja, Strafbarkeit bei hetzerischen Aussagen gegenüber Deutschen ist auch möglich. Punkt. Aber irgendwie ohne große weitere Ausführung oder eben auch das Gegenteil, also zum Beispiel Thomas Fischer in seinem Kommentar spricht sich eher dafür aus, dass es eben nicht möglich sein solle bei Aussagen, die die Mehrheitsgesellschaft treffen. Aber der BGH hat bisher keine Gelegenheit gehabt, dazu Stellung zu nehmen. Ich würde auf jeden Fall sagen, man könnte, wenn man wollte, die Anwendungspraxis auch auf Basis des derzeitigen Wortlauts ändern, das scheint mir relativ klar. Ob dieser Wille so vorhanden ist und wie sinnvoll das tatsächlich wäre, ich weiß es nicht. Ich finde zumindest bei gröberen Fällen könnte man drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob es dann unbedingt die falschen Träfe so. Jedenfalls scheint mir das jetzt also ein nicht so ungeheuerlicher Vorstoß gewesen zu sein, den die AfD da unternommen hat. Aber es ist jetzt auch irgendwie kein großes Drama, dass sie damit keinen Erfolg hatten. Ja, das ist wohl wahr. Kommen wir noch mal zu einem Thema, das wir vergangene Woche hatten. Da ging es um die Diskriminierung, um mögliche Diskriminierung beim juristischen Staatsexamen. Wie gesagt, ein traumatisierendes Thema für viele von uns. Und da gab es eine Diskussion und zwar auf vielerlei Ebenen von unterschiedlichen Richtungen, muss man sagen. Ja, doch hauptsächlich aus einer Richtung eigentlich. Also ich meine, diese Diskussion fand auf Twitter statt in allererster Linie. und da gab es eine Reihe von Leuten, die sich unerfreut gezeigt haben über unsere Kommentierung oder insbesondere über meine Kommentierung dieses Themas. Und da gab es zum einen, also eigentlich so zwei Punkte, glaube ich, die wir noch mal ansprechen sollten. Das eine war der Vorwurf, ich hätte ja gesagt, Frauen würden im Schnitt deshalb schlechter in den Examiner abschneiden, weil sie weniger juristisch begabt seien als Männer. Dazu kann ich nicht sehr viel mehr sagen, außer das habe ich ganz dezidiert nicht gesagt und jeder, der das noch mal nachhören möchte, kann das ja in der letzten Sendung gar nicht tun. Was ich gesagt habe, war, es gibt diese numerische Diskrepanz, die hat die Studie ja auch gerade herausgearbeitet, man kann sich dafür verschiedene Ursachen vorstellen, A, B, C und D und was es jetzt sozusagen meiner Überzeugung nach sei oder vielleicht kann ja auch an mehreren Dingen gleichzeitig liegen, dazu habe ich mich nicht geäußert und zwar auch ganz bewusst nicht geäußert und aus dem ganz einfachen Grund, dass ich es nicht weiß. Also ich habe da durchaus länger darüber nachgedacht und eigentlich keine Erklärung gefunden, die so alle Befunde der Studie irgendwie unter einen Deckel bringt und sinnvoll vereint. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Männer und Frauen aber im Schwerpunktbereich an der Uni gleich gut abschneiden, also dass es da diese Diskrepanz nicht gibt. oder die Tatsache, dass Frauen im zweiten Examen zwar immer noch schlechter, aber weniger schlecht abschneiden als im ersten oder die Tatsache, dass sie auch, wenn Frauen in der mündlichen Prüfungskommission vertreten sind, trotzdem schlechter abschneiden als Männer. Was wir da letzte Sendung ausgeführt haben, das betraf nur die sehr spezifische Frage des Notensprungs, aber nicht die Frage der insgesamt durchschnittlich erzielten Note. Was ich dabei einfach nur sagen will, ist, es gibt diesen Befund, ich kann ihn mir nicht so super eindeutig erklären und ich habe einfach nur verschiedene Möglichkeiten in den Raum gestellt, woran es liegen könnte. Genau, und weshalb ich sagte, dass es irgendwie von mehreren Seiten jetzt kam, ist, dass gleichzeitig natürlich auf der FAZ-Seite sich da noch Kommentare fanden, die dann irgendwelche statistischen Studien bemühten, die in irgendeiner Art und Weise eine Intelligenzdiskrepanz zwischen Männern und Frauen bemühten oder darstellen sollten, der sich aber tatsächlich in gar keiner Weise verifizieren lässt. Also das ist großer Unsinn. Da hat jemand eine Studie zitiert, der zufolge angeblich Frauen im Schnitt um bis zu fünf IQ-Punkte schlechter abschneiden würden als Männer. Bei IQ-Tests dazu kann man nur sagen, das ist großer Unsinn. Das Feld ist inzwischen ziemlich gründlich erforscht und praktisch alle repräsentativen Studien neueren Datums kommen zu dem Ergebnis. Das ist so gut wie keinen Unterschied im IQ von Männern und Frauen gibt. Es gibt minimalste Unterschiede, die sind dann aber auch je nach Land mal zugunsten von Männern und mal zugunsten von Frauen und sowieso so klein, dass man sie vernachlässigen kann. Was es aber durchaus gibt, sind Unterschiede im Abschneiden bei einzelnen Elementen des IQ-Tests. Und zwar am solidesten eigentlich bei diesem, wie ich finde, ganz horrorhaften Teil, bei dem es so um das Rotieren von geometrischen Formen geht und welche dieser Formen entspricht quasi dem ursprünglich abgebildeten Bild noch, wenn ich sie irgendwie im So-und-so-viel-Grad drehe. Da schneiden Männer ziemlich verlässlich besser ab als Frauen und das wird zumindest in Verbindung gebracht mit tendenziell naturwissenschaftlicher Begabung. So und ehrlich gesagt halte ich diese Diskussion auch immer für gänzlich fruchtlos und komplett überflüssig. Deswegen vielleicht auch, weil mich sozusagen der Vorwurf straft, warum ich da quasi so passiv daneben gesessen habe. Mich interessiert das ehrlich gesagt aus diesem Grund auch überhaupt nicht, weil ich das, weil ziemlich klar ist, dass selbst wenn es irgendeine Diskrepanzen innerhalb der Bevölkerung gibt, ja zwischen Männern und Frauen oder wie auch immer, sie jedenfalls im Jurastudium überhaupt keine Rolle spielen, denn hier hat ja schon eine natürliche Auslese stattgefunden, ja. Also von den 18 Millionen Deutschen, die es gegeben, oder den Bürgern dieses Landes, die es hier gibt, studieren, ich glaube, derzeit 120.000 und selbstverständlich hat sich hier schon eine überqualifizierte juristische Begabung manifestiert, also das ist ziemlich eindeutig, deswegen müssen wir diesen Punkt auch gar nicht vertiefen. Ja, klar, wenn man das Gefühl hat, man hat überhaupt kein Talent für Jura, dann wird man vielleicht nicht gerade Jura studieren. Eben, und deswegen wollten wir das Thema auch nicht wahnsinnig weiter vertiefen, denn es führt in der Tat auch ab von dem, was wir eigentlich besprochen haben, nämlich die Frage, inwieweit es Diskriminierung gibt beim Examen und inwieweit man dem beikommen kann, übrigens auch die Frage danach, es wäre auch noch sehr spannend, also was tun im weiteren beruflichen Leben, aber da würde ich in der Tat auch ganz gerne mal ein paar Kommentare zu hören, aber eben nicht jetzt, sondern das machen wir vielleicht bei Gelegenheit mal, wenn es sich anbietet. Ja, es hat sich ja, das kann man vielleicht auch gerade noch erwähnen, wenn du jetzt das berufliche Leben ansprichst, dann auf Twitter in der Folge sind dieser Hashtag Realität von Juristinnen gebildet, der einige durchaus erschreckende Erfahrungen beschreibt, die Frauen also offenbar auch immer noch machen müssen, irgendwie in ihrem beruflichen Alltag, jetzt dann eben als Anwältin oder ähnliches, und das ist sicherlich mal lesens- und bedenkenswert, was man da so findet. Genau, und vielleicht dann das auch mal vertiefen, wie man dem beikommen kann, das ist in der Tat ein sehr, sehr weites Feld. Kommen wir jetzt zum gerechten Urteil und einem Verfahren, das schon wieder einen Fußballer betrifft, also diesmal Lionel Messi. Genau, wir sind diesmal etwas fußballlastig, das ist keinesfalls unserer Vorliebe geschuldet, denn weder du noch ich sind regelmäßig in den Stadien... Nee, so ein Stadienverbot zwei Jahre lang, das würde ich vermutlich nicht bemerken, wenn ich es hätte. Genau, aber hin und wieder jedenfalls taugt das auch zu ganz interessanten Fällen, hier war eben der argentinische Fußballstar Lionel Messi betroffen, der ist eben so berühmt, dass er sich den Namen als Marke für Sportartikel schützen lassen darf, das ist jetzt entschieden vom Europäischen Gericht erste Instanz, das war übrigens anders beim, wurde anders gesehen beim Amt für geistiges Eigentum, ja, die hatten sich da offensichtlich nicht ganz so intensiv mit Fußball auseinandergesetzt und womöglich auch nicht mit dem Kultstatus eines Lionel Messis und hatten das sozusagen noch abgelehnt, denn das Interessante ist eben, Messi ist dann doch sehr nah dran an... Massi. Massi. Rodolfo Massi, der berühmte italienische Radrennfahrer, na so super berühmt ist er ehrlich gesagt gar nicht. Genau, den wir da noch weniger kannten als Lionel Messi, muss man ehrlicherweise sagen, aber der schon offensichtlich ganz seit Jahren ganz lautstark für seine eigene Marke trommelt und unter dieser Marke eben ganz viel Radsportartikel, glaube ich, verhökert, ne? Genau, so ist es, dafür ist die auch eingetragen und die Marke Messi sollte jetzt natürlich für Fußballparaphernalia eingetragen werden und das Europäische Amt für Schutz des geistigen Eigentums hat eben gesagt, nein, es geht nicht wegen Verwechslungsgefahr, das sind ja beide Sportartikel und die Namen hören sich beide so furchtbar ähnlich an und das EUG, also das Europäische Gericht Erster Instanz hat eben gesagt, naja, aber die einen richten sich an Fußballfans, die anderen an Radsportfans und ganz ehrlich, mit dem Namen Messi kann man irgendwie schon was anfangen und deshalb besteht hier keine Verwechslungsgefahr, weil einfach jeder Messi kennt, das wäre möglicherweise anders gewesen, wenn jetzt einfach, ja, wenn Messi jetzt halt nicht so wahnsinnig bekannt wäre, wenn das einfach irgendein Fußballer wäre, der sich diese Marke sichern wollte, den man aber nicht kennt, dann wäre vielleicht eine höhere Verwechslungsgefahr gegeben, weil man eben sagt, zu Messi hat nicht automatisch sofort jeder die richtige Assoziation. Genau und das jetzt eben fanden wir jetzt nicht das aller überzeugendste gerechte Urteil, wir haben schon Urteile gehabt, die uns mehr gepackt haben, aber jedenfalls ist es vielleicht ein ganz launiges und eine ganz interessante Entscheidung, die sich hier an dieser Stelle einmal zumindest der Nennung lohnt. Für alle Markenrechtler sicherlich wissenswert. Ja und dann haben wir diese Woche eine etwas kürzere Sendung als zuletzt, ich glaube letztes Mal ging es über eine Stunde. Ja, das richtet sich immer ganz nach der akuten Nachrichtenlage. Insofern wollen wir auch gar nicht noch groß rumlabern, sondern wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir regen an, dass ihr mal auf blogs.faz.net schrägstrich Einspruch vorbeischaut und uns schreibt, wie ihr das so fandet und natürlich, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ja, herzlichen Dank und noch eine schöne Restwoche. Bis dann, tschüss. Bis dahin, tschau.